Willkommen zurück zu meinem Let's Play Resident Evil 6. Ich wünsche es natürlich für eure Boom36 und wir machen spannend weiter mit typisch immer noch. Und wir haben endlich mal mehr Waffen als Elektroschocker. Du jedenfalls. Die sind da oben wahrscheinlich, oder? Ja. Oh. Der nächste Nervenzicke. Oh oh. Ähm, ich hab einen Tant. Mach rein mit den Spinnen. Ach so, okay. Was ist das komische grüne Ding da aufgehoben? Das lag da unten neben der Leiche. Ach so. Wofür die Türen? In ein Schlafzimmer. Da ist auch eine Medaille. Da ist im Schrank noch was drin, okay. Ach, da kann ich mich wieder verstecken. Ah. Okay. Also heißt es, es gibt wieder irgendwo ein Code. Oh mein Gott. Auwaa! Hier ist noch Muni Kommt man da durch? Ja Nicht segeln, ja ich segel auch gleich Okay Okay Bücherregal war auch eine. Hast noch eine gefunden, oder? Ja, die lag auch hier. Gut, dann gehen wir wieder raus. Okay, hier gibt es nichts weiter. Ich glaube, das ist eine Tür, die wir uns aufmachen müssen. Binnen. Oh Gott, okay. Okay. Uh, yo. Ja. Ich sag dir eins, du brauchst eine Menge Kohle, um sowas Großes zu bauen. Ganz im Ernst. Äh, okay. Gut, ich such mir einen anderen Weg. Gut. 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 Ich kann es nicht lesen. Ich glaube, ich muss etwas einsetzen. Jake könnte das vermutlich lesen. Dann lies mal. Kannst du es lesen? Ja, das hat es gerade erzählt. Echt? Cool. Bei mir jedenfalls. Warte, kann ich es nochmal? Ja. Nee. Aber ich kann die Medaillungs schon mal reinschmeißen. Aha. Wir wissen, wie sie aussieht. Finden wir den Rest. Wollen Sie mich eigentlich rollen, oder was? Mann. Mann. Und was musstest du die letzten sechs Monate ertragen? Ich mach alles. Sie versuchten den Weg in mir zu erforschen. Das gleiche hatte ich mit Rappen und Tüten durchgemacht. Und beim zweiten Mal war ich genauso schade. Ich bin noch in dem Raum. Wo bist du? Ich bin schon in den... Aua. Dahin weitergegangen, wo der Eingang aufgegangen ist. Ah ja. Ich bin noch in dem Raum. Was ist denn... Was ist denn... Kannst du spielen? Ob ich spielen kann? Nein, ob sie spielen können. Ja. Kann. So. Oh, offenbar kann sie es. Och Mann, ey. Konditionsmangel. Ernsthaft, du kriegst zwei Schrotschüsse ab und lebst immer noch? What the heck? Mann, immer wenn ich gerade dabei bin zu schießen. Da ist glaube ich nicht mehr. Ich glaube, das ist eine Endlosschleife. Ich glaube, das ist eine Endlosschleife. Ah, da im Waschbecken ist auch eine. Ah, hier ist auch eine. Ganz versteckt. Da ist auch noch eine. Ich habe mal eine Tür aufgemacht. Da ist noch eine. Uah. Da oben ist eine Tür. Ich will das rote Kraut einsammeln. Rote Kraut? Jupp. Nicht im Wasser. Hä? Hier, wo ich stehe. Da drüben. So, da oben ist eine Tür. Okay. Ja, nee, ist klar. Okay, nix. Okay, nix. oh Gott Mutant muss das sein natürlich wieder so ein Dilophophie da war mal überall da liegt nur eine hast nicht aufgehoben aber wie viele brauchen wir denn nervig genau das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein er hat vorhin irgendwas von zehn gemurmelt aber wir haben schon welche da rein gemacht ja ich tu noch weitere rein ich hatte nichts gebracht okay was ist das? Daten ihrer Experimente also gut alles ist da ruf doch deinen Boss an ich bin's Sherry Birkin ja ihm geht's gut wir wurden inhaftiert in einer Anlage in China wirklich? okay ich schicke die genauen Proordinaten sie sind bereits in China es ist vorbei wir sind gerettet juhu bist du fertig? fertig fertig verschwinden wir endlich von hier gehen wir mit diesen Typen ist nicht gut Kirschen essen gut ich hab sowieso genug von diesem Ort ja als ob man jetzt einfach durch die Tür kommt okay ich nehm meine äh Aussage zurück ähm ähm okay weißt du noch was man hier vorgepustet äh gute ja ich glaub man muss abhauen wir müssen jetzt wieder rüberspringen können ähm ja kann ich gut 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 aber das hilft für nix das ist da für die Leiter hoch glaube ich man Typ stirb jetzt jahre 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 du musst noch mal runter und mir helfen jahre 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 weil ich sonst nix zu Tür komme weil ich sonst nix zu Tür komme ja genau der also springen die alle hier hoch oder was Ja, alles klar. So, jetzt müssen wir durch die Tür kommen können. Komm, jetzt ist es nicht wieder er? Ist klar. Ist klar. Was hätte ich denn da machen sollen? Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Oh, ja, na klar, ich muss noch abbiegen. Ist das dumm, ey. Nur mal so, zerquetscht wird man auch erst, wenn man wirklich unter der Kette liegt. Da sind wir ja normalerweise gar nicht. Ah, fuck. Okay. Und das ist noch was? Ja. Wow, Erfahrungspunkte. Ach du Scheiße. Was ist das? 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 Ah, jetzt kannst du wieder rüberspringen. Oh, krasschen. Oh, krasschen. Oh, krasschen. Motorrad. Ah. Wenn ich die ganzen Gegner habe. Als ob ich mich gelangweilen würde. Ich habe mich gelangweilen. Oh, ja, genau. Alter, wieso montieren die alle? Ja, das frage ich mich auch gerade. Oh, ja, genau. 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 Verstanden. Wird gemacht. Wir sind gleich da. Was hat er gesagt? Ich habe jetzt die Treffpunktkoordinaten. Ist nicht weit. Ganz toll. Jetzt halten. Auf was soll ich denn? Auf was soll ich denn überzuschießen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Zerstörung. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Jetzt hast du auf jeden Fall was zum schießen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. So, einer weniger. So, einer weniger. Zwei weniger. Wo musst du sagen, Partner? Genau. Was? Oben? Vor uns. Äh, ich kann nicht nach vorne schauen. Okay, ich muss den also überholen. Boah, fuck. Ja. Okay. Ich kann nur hinten die Seite wechseln, dann treu ich aber nach rechts oder nach links, also. Oh. Jake! Okay, ich drücke 4, 4, 4, 4. Ja, oh Gott. Ja, das kann das zu werden. Ja. Okay. Oh, mein Fehler. Alles gut. Ich dachte nur 5.000 war die gleiche Taste zu hämmern. Ich kann mich nicht heilen. Oh, doch, du kannst nicht kommen. Fizier Partner. Ja, toll. Oh, Mann, ey. Immer diese Toll & Error Sachen. Gah, Mann... Alls okay? Danni. Die... Ich bin kein Gehirn! Alles okay? Ja! Wiener! Kannst du mich auch bremsen? Ich kann auch führen zu geschleunigen. Ja genau! Äh, okay. Okay, ich schieß mal. Mit dem Heli hat's überhaupt nichts ausgemacht. Warum seh ich wieder nur hinten, wenn die ganzen Gegner vorne sind? Alles klar! Da ist der Heli wieder! Ja! Ich mach's noch an, dass wir uns gewartet! Fesseln! Was ist schon anspruchsvoll diese Strecke zu fahren, ey! Oh-oh! 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 So, einen! Zwei! So, alle hinter uns hab' ich! Oh-oh! Ja, kommt weiter! Oh, klasse! Dir kommen gleich Autos entgegen! Ich freu' mich! Ich- Achtung! Los geht's! Fest ein! Bis das noch da rauf fahren können. Ah ja! Und jetzt springen wir auf den Heli, oder? Nein? Okay. Dann halt nicht! Alles noch ganz? Scheint so! Komm! Scheiße! Redfield und seine Pfeifen sind wohl auch hier! Jake! Wat! Ich höre! Ich höre mal. Und ja sonst soweit? Nooooooooo & Das ist eigentlich schon син und eine Kuschung. Au! Ja genau, Scharfschützengewehr! Das sind zwei Kisten. Äh, was genau müssen wir jetzt hier machen? Äh, das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Gibt auch keinen Marker oder so. Jetzt sollen wir einfach nur überleben. Kannst du mich da hochschmeißen? Auch nicht. Habe ich schon geguckt. Es muss ja irgendwo hochgehen. Dann such mal. Okay. Also tatsächlich einfach nur überleben. Okay. Vielleicht kann man nicht runter schießen. Ja, das Problem ist doch, dass die Gegner da oben sind. Jake! Das ist der letzte! Wollte ich jetzt auf den Hubschrauber schießen mit meinem bisschen Zeug oder was? Nee. Habe ich ja gerade gemacht! Habe ich ja gerade gemacht! Äh, okay, wo war das? Du bist jetzt irgendwo oben. Du kannst mir da eine Leiter runterlassen. Ich bin nicht oben. Was? Was? Ich muss noch, äh, warte da hinten. Da muss ich hin. Okay. Okay. Also ich bin wahrscheinlich dann gleich oben, ja. So, jetzt können wir. So. So kann sie auch nicht über so eine Stange springen, ey. Okay. Ach ja, jetzt geht's weiter. Wie? Komm mit! Genau. Ah, hier oben könntest du dich weiter hoch sagen. Das läuft nicht so gut für ihn, oder? Ach so, du bist hier oben hoch. Genau. Und die Leiter hoch. Naja, ich habe Sprengsätze, die für Chancengleichheit sorgen. Was? Du hast Sprengsätze? Äh, ja anscheinend. So, hier kannst du mich hochwerfen. Dann machen wir das doch. Lass dir die Leiter gleich runter. Zu wütig. Zu wütig. Oh Gott. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Hilfe! Da habe ich keine Munition mehr. Was soll denn das? Was? Wo habe ich jetzt die Sprengsätze drin? Da stehe ich nicht. Ist das... Nein, hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Hier ist es auch nicht. Ich komme hier rüber. Ich komme hier rüber. Ja. Ich kann runter. Ich kann runter. Na toll. Ja, was mache ich mit den scheiß Glendgranaten? Weg damit. Hattest du noch Pisten? Hey. Ach du Scheiße. Ich- Ähm. What the fuck? Einmal. Zweimal. Einmal Zweimal Oh Mann, wie die alle mutieren Ja, ja Okay, da komm ich nicht drüber Ich könnte die Leute da hinten noch nehmen Ist da noch eine Leiter? Äh? Ja 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 Toll, jetzt bin ich wieder ganz unten. Hä, ich versteh's nicht. Ich auch, frag nicht. Ich muss den Checker an den Heli irgendwie ran. Okay. Ja, wenn er unterm Dach ist, kann ich nicht schießen. Also, ich muss halt auf den Heli schießen. Ein Problem ist, er ist nicht immer unter dem Dach. Ja, okay, danke. So komm ich nicht ran. Es ist ja schön, dass ihr Sprengsätze habt. Ich komm nicht an den Heli ran. Jetzt da. Na los, gehen wir. Unser Befehl lautet, jeglichen Kontakt zu vermeiden. Weiß er, dass Whisker mein Vater war? Ich glaube nicht. Warum? Nur so. Ich bin wohl auf dem falschen Fuß erwischt. Das könnte sein. So, und hier könnten wir uns nicht nochmal das Video unterbrechen. Dann würde ich sagen, wir machen hier spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.